Mit Captain Red. Yeah. Jetzt kann ich zum Psychiater kommen. Okay. Ich glaube, jetzt kann ich rein. Was? Guten Morgen, junge Dame, die ich noch nie im Leben gesehen habe. Und Ihnen auch einen wunderschönen guten Tag. Maskierter Mann, der mir irgendwie bekannt vorkommt. Wie kann ich behilflich sein? Haben Sie einen Mann mit grüben Hemd und Brille hier irgendwo gesehen? Leider kann ich diese Informationen nicht preisgeben. Äh, klar. Ich möchte Dr. Johnson sehen, es ist dringend. Bitte sagen Sie ihm Bescheid. Tut mir leid, aber Dr. Johnson hat heute keine Sprechstunde mehr. Tja, es ist wirklich ein Notfall, wissen Sie? Das verstehe ich sehr gut, Sir. Aber wir hatten etwas Probleme mit einem sehr gefährlichen Individuum mit Stachelhaaren. Und ich darf keine Fremden reinlassen. Besonders, wenn sie keinen Termin haben. Tja, dann ist wohl heute mein Glückstag, denn der gute Herr Doktor kennt mich sehr gut. Entschuldigen Sie, aber ich vertraue nicht gern Leuten, die sich maskieren. Dann verpassen Sie aber so einiges. Zum Beispiel von einem Superhelden, der von der Decke hängt, geküsst zu werden, oder? Oder auf bestialische Weise von einem Mann mit Motorsäge zerstückelt zu werden? Zugegeben. Aber nicht alle maskierten Männer sind gleich. Auch wahr. Also was für einer sind Sie denn? Einer, der das Verbrechen bekämpft, sobald die Nacht angeht. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Einer, der seine Identität nicht preisgeben will. Haben Sie etwa ein dunkles Geheimnis? Niemals. Ehrlich wird am längsten. Aber es gibt eine Menge Leute, die ihre wahre Identität nicht preisgeben wollen. Superman zum Beispiel. Aber Superman trägt keine Maske. Die Brille ist seine Maske. Wow. So habe ich das noch nie betrachtet. Was ist denn jetzt mit meinem Notfalltermin beim Doc? Wie ich schon sagte, keine Termine mehr frei. Aber wenn Sie wollen, mache ich ihn für morgen früh ein. Geht das schon wieder los? Morgen ist es zu spät. Also am Mittwoch. Vergessen Sie es, Miss. Übrigens. Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Das Dekor. Hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Der Patient da drüben sieht gar nicht gut aus. Tja, armer Alan. Ein anderer Patient hat bei ihm wohl einen Nervenzusammenbruch ausgelöst. Oh nein. Ja, schlimm. Der ist schon seit letzter Woche so. Dr. Johnson sagt, man soll ihn in Ruhe lassen. Dann wird er schon wieder. Ist schon das ganze Wochenende so? Was ist denn passiert? Ich glaube, das war letzten Donnerstag. Dieser stachelhaarige Mann kam hier mit einem Affen rein und sie fingen an zu streiten. Der Affe regte sich fürchterlich auf und fing an, mit Kot zu werfen. Alan hat das alles hautnah miterlebt. Seitdem ist er nicht mehr derselbe. Ganz normale Reaktion. Von Alan? Nee, vom Affen. Sie wissen nicht zufällig, wer dieser Freak mit seinem Haustier war? Dr. Johnson hat alles der Polizei übergeben. Ich glaube, dieser unfreundliche Sergeant Kramer kümmert sich darum, deswegen hängen die Plakate mit dem Bild des Täters im Eingang. Oh, super. Das Dekor hier drin ist ein bisschen kitschig, finden Sie nicht? Tja, Dr. Johnson hat eine Schwäche für Sachen, die ihn an seine Kindheit erinnern. Tja, da habe ich mir gleich gedacht. Na dann, Sie haben sicher eine Menge zu tun. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Jederzeit wieder, Sir. Einen schönen Tag noch. Alles klar. Für den will ich lieber. Entschuldigung, wo wollen Sie denn hin? Wollte nur Mr. Johnson Hallo sagen, ich gehe aufs Klo. Das ist die richtige Tür. Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn fahren. Miss hinter Ihnen. Dreiköpfige Affe. Ich gehe aufs Klo. Ist das nicht die richtige Tür? Versuchen Sie nicht, mich für dumm zu verkaufen. Entschuldigung. Äh, wollte nur Dr. Johnson Hallo sagen. Tja, das können Sie jetzt nicht. Der Doktor hat gerade einen Patienten. Entschuldigung. Dr. Johnson ist in Lebensgefahr. Ich muss ihn warnen. Ach, bitte. Entschuldigung. Miss, hinter Ihnen. Ein dreiköpfiger Affe. Mhm. Netter Versuch. Entschuldigung. Dr. Johnson hat heute Geburtstag. Ich wollte ihn überraschen. Geburtstag? Kann gar nicht sein. Ach, nicht? Wann ist er denn dann? Ich, äh, das hat er mir nie gesagt. Eben. Der ist heute. Glauben Sie mir. Okay, ich glaube Ihnen. Aber ich kann Sie trotzdem nicht reinlassen. Mist. Mann, no. Also, wegen Dr. Johnsons Geburtstag. Ja? Ich will eine Party für ihn schmeißen. Eine Party? Wo denn? Tja, was könnte denn besser sein als direkt hier? Hier? Ich weiß ja nicht. Oh, kommen Sie schon. Vertrauen Sie mir. Der hat nicht das Geringste. Das stimmt. Also? Sind Sie dabei? Okay. Aber Sie müssen noch Gelanden aufhängen, finden Sie nicht? Aha. So sieht's noch nicht sehr nach Geburtstagsparty aus. Lassen Sie mich nur mal machen. Deshalb haben Sie eine Maske auf, stimmt's? Wegen der Party. Äh, ja. Aha. Wegen der Party. Das dachte ich mir. Okay. Ähm. Gierlanden. Wo kann ich die denn hinhängen? Hübsch. Ah, okay. Einfach hier geben. aus, wenn ich Sie erstmal aufgehängt hab. Also? Was sagen Sie? Sie müssen noch Gelanden aufhängen und einen Geburtstagskuchen besorgen. Verschwenden Sie nicht noch mehr Zeit, bitte. Einen Kuchen. Okay. Gelanden haben wir aufgehängt. Es fehlt nur noch der Kuchen, wie es aussieht. Okay. Ich sollte die Maske... Okay. Nimm erstmal die Maske ab. Hast du schon recht? Sollte man machen, bevor man irgendwo hingeht? Dann würde ich sagen, erstmal... Nö? Hatte er Kuchen? Ich glaub, Mel hatte Kuchen, oder? Hatte Mel Kuchen? Leute. Hatte Mel Kuchen. Ich glaube nicht. Da steck ich meine Hand nicht rein. Okay. Das kann ich nicht rumtragen. Was soll er denn noch? Hier, Graffel? Hier ist so viel Zeug, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll. Rollerblades. Das konnte ich noch nie besonders gut. Hier ist so... Hier ist so viel... Hier ist... Ich würde ja gern rumlaufen und ein paar Geister umnieten. Aber dafür habe ich gerade keine Zeit. Okay. Müll. Hier ist so viel Zeug. Ich glaube, das ist physikalisch unmöglich. Weißt du nicht? Die interessiert... Hier ist so... Ja gut, das ist alles nur Müll. Alles klar. Mel. Mel. Hallo. Hallo, Paterai. Reden Sie? Seit wann reden Sie? Äh. Was zum Geier ist los mit dir? Du siehst noch verblödeter aus als sonst. Wow. Das muss ein krasser Fall von... Quecksilbervergiftung sein. Ja, das muss es sein. Oder? Moment mal. Du hast die ganze Mercury-Cola ausgetrunken? Bis zum letzten Tropfen. Der Kühlschrank ist kaputt. Da blieb mir nichts anderes übrig. Aber... Warum willst du dich umbringen? Hast du eine komische, unheilbare Krankheit, oder was? Hä? Ich fragte, warum du lebensmüde geworden bist, Mel. Hallo? Kann ich was für dich tun? Ja, ich brauch eine Dose Mercury-Cola. Klar. Oh. Warte mal. Hab keine mehr. Hab ich etwa alle getrunken? Okay, das bringt mich sicher um. Aber ich bin so heil, das ist mir scheißegal. Ich glaub, in dem Zustand kannst du mir nicht helfen. Ich verzieh mich. Aha. Ich muss die Musik nochmal ein bisschen leiser machen, Alter. Die ist ja... Fuck laut, ey. Ist das irgendwie umgestellt? Kann ich ihm irgendwas geben, oder so? Warum soll ich die... Weiß ich nicht. Äh... Kleber? Meine schöne... Hätte das sein können. Hm. Kein... Außerdem hab ich... Ich muss diesen vieräugigen Irren finden, bevor er die ganze... Der ist... Ach, ich weiß, wo der ist, aber wir kommen da ja nicht hin. Gehen wir mal zu mir als Wohnung. Obwohl, da waren wir ja schon, ne? Aber vielleicht... Warte mal. Hm. Ah! Immer noch alles das gleiche, ne? Kann ich jetzt den Cubix mitnehmen? Ja, diesen Cub... Ich nehm den... Ah, no. Den fass ich... Muss. Nimm doch die Magnete mit. Was haben wir hier denn als Ofen? Mit dem Ofen. Mixer? Das lass ich mal. Tasse? Die muss ich nicht nehmen. Nutzlos. Okay, ich glaub, wir haben hier nicht wirklich was, oder? Ich will die Magneten haben. Können wir... Irgendwas... Nee. Hm. Äh. Ja, gut. Warum nehm ich nicht einfach... Weiß ich nicht, warum du nicht einfach die Tür nimmst. Hätte sein können, dass du das nicht möchtest. So na, cool sein willst und dir Dings gehen willst. Haben wir... Hm. Kann ich den... Warte mal. Vergiss es. Ich hab... Entschuldigung? Hat dir die komische Stimme von dem Mann gefallen? Ja, der stinkige Ballonmann ist lustig. Das ist lustig, wenn der lustige Sachen macht. Na ja, na gut. Soll er denn nochmal seine komische Stimme machen? Ja. Oh ja. Voll Depp. Na gut, aber ich brauch deine Hilfe. Ich brauch deine Hilfe. Fang bitte nicht wieder damit an. Sag ihm einfach, er soll's nochmal machen. Na gut, Depp. Entschuldige, dass ich nochmal störe. Ich glaub, der Junge will dir was sagen. Echt? Na, Großer, kann ich dir helfen? Komische Stimme? Äh, komische Stimme? Siehst du, ich bin nicht der Einzige, der das nochmal hören will. Gefällt dir meine quete Stimme, Junge? Komische Stimme. Oh ja, komische Stimme. Der Kleine hat sie nicht alle, oder? Dann schau ihn dir halt an. Wird schon sagen, der hat sie nicht alle. Nun ja, mein Kleiner. Für Sonnenwonneproppen mach ich alles. Für Sonnenwonneproppen. Mann, bin ich wohl zu weit gegangen. Boah, hast du den gekillt? Glaube nicht. Aber vielleicht hat er einen Hirnschaden. Jetzt ist er genau wie du. Was? Ach, nichts. Den Typ fass ich... Daran sollt... Und hier das... Nee, okay, den Schlauch kann ich nicht mitnehmen. Lass deine dreckigen Griffel von meinen Ballons. Au, ist ja gut. Kannst dir alle behalten, du rotznasige Ausgeburt der Hölle. Ganz genau, alles meine. Mwahaha. Oh, nervt mich nicht. Warum sollte ich nochmal mit dem Jungen reden? Ich will aber so einen Ballon. Warum sollte ich... Ich will so... Ich will einen Ballon. Kann ich irgendwas mit dem Ballon machen jetzt? Irgendwie kaputt machen oder so? Hä? Vergiss es. Warum sollte ich die hier aufsetzen? Okay, kann ich nicht. Wenn ich die einfach so... Wenn ich die einfach drum hänge, kriege ich Ärger. Ich glaube nicht. Hm. Probier jetzt einfach so... Ich... Ein paar Sachen an ihm aus. Das würde... Das mache ich nicht. Glaube kaum, dass... Warum? Warum nicht? Ich habe selbst... Ich glaube nicht. Hm. Habe schon. Warum? Warte mal, kann ich mir ne... Kann ich ne Teleskop hängen? Vergiss es. Hm. Versuche ich hiermit nochmal alles? Macht nichts, okay. Die Metro-Karte ist... Es ist doof. Damit... Ich... Irgendwann... Irgendwas wird funktionieren. Das ist... Dafür ist das nicht. Eher nicht. Okay. Muss ich... Muss ich gar nicht. Warum nicht? Nee. Könnte doch klappen. Lieber nicht. Entschraubenzieher hatten wir ja schon, ne? Ich probiere es vorsichtshalber nochmal. Okay. Nicht, dass ich das schon wieder vergessen hätte. Ja, muss ich. Dass am Ende die Rätselslösung gewesen wäre. Da... Blö... Okay. Äh... Dann gucken wir nochmal zu Randalls Wohnung. Vielleicht können wir da ja noch was machen. Es ist auf dem Dach jetzt nochmal was. Was neuet. Mann, ich könnte mir sonst was... Die kann ich nicht ein... Das muss nicht... Äh... Kann ich ne tote Schraube mitnehmen? Äh, ne tote Schraube. Tote Taube? Nee. Vielleicht kann ich das Blech... Nee. Ich glaube, die Party-Tröte ist auch wieder für das Dings, ne? Jetzt ist Sally weg. Loll. Gucken wir mal auf die Feuertreppe. Gehen nochmal runter zu der... Der alten Lady hier. Oh, Ewigkeiten nicht mehr, ne? Oh! Mhmmm... Es riecht echt gut. Okay. Da haben wir den Kuchen. Das... Okay. Okay. Das war, glaube ich, gerade mehr Glück als Verstand, aber naja. Würde ich so akzeptieren. Gehen wir den Kuchen mal... Der Lady hier... Achso, ja. Er setzt die Maske auf, genau, und geht jetzt rein. Okay. Ja, das könnte gehen. Aber für einen Geburtstagskuchen fehlt da noch was. Kann ich da das hier zum Beispiel raufpacken? Lieber nicht. Was fehlt da denn noch? Warte, Tröte. Das ist kein... Kleber. Das muss... Muss ich... Er... 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 Ich... Er... Darf... Er... Am... Komm schon. Er... 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 Ne... Er... 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 Sind schon mal gut dabei eigentlich. Bei dem Partykuchen fehlt da noch was. Haben wir noch im... Charly stinks, ist da eigentlich nichts, oder? Oder? Gibt es den Kuchen, Charly? Ich gebe den Kuchen. Okay. Ne, schätzungsweise nicht. Ja, Kerzen. Kerzen. Kerzen würden noch fehlen, oder? Irgendwie. Hatten wir jetzt Wohnung was? Ne, mal als Pornshop. Ah... Ich weiß nicht genau, wo... Was sein könnte. Er... Ich... Ne, hier... Ne. Schätzungsweise nicht. Kanalisation hat, glaube ich, auch nichts mehr zu tun, irgendwie. Hatten wir... Ne, da nicht, da nicht. Charly's Comics nicht. Vielleicht noch mal in Mads Wohnung. Vielleicht ist da jetzt irgendein... So, vielleicht kann ich da irgendwas machen. Die mal Magnete nutzen, oder so. Oder irgendwas hier. Ich wollte gerade sagen, heißt die Fritzi hier irgendwie, aber nein. Ja, ne. Ja. Ja. Mrs. Gross. Ja. Komm schon. Ja. Nein. Ich wollte den Kuchen nehmen. Ja. Ah. Okay. Ähm. Ich bin zwar nicht abergläubisch, aber ich... T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t. Ich muss das sein. Ähm. Ich bin da nicht Agmar.